Ja, wunderschönen guten Abend. Dann machen wir hier mal weiter an diesem nicht gerade sonnenverwöhnten Dienstag. Willkommen zur Sendung heute. Es gibt nicht nur Ärger beim Wetter heute, darüber reden wir jetzt gleich. Denn die Nationalmannschaft ist derzeit ein bisschen vom Pech verfolgt. Nach der langen Krankenakte und den Pinkelpeinlichkeiten, das haben wir ja nun auch alle gehört, kam heute neben der Nachricht, dass Jogi Löw nun keinen Führerschein mehr hat, die Meldung, dass es bei einem Werbedreh der Nationalmannschaft einen Unfall gegeben hat. Dann nichts passiert, also das die gute Nachricht. Aber ein Riesenschreck war es natürlich für alle sicherlich. Und sobald wir Neues hören, auch wie es den Verletzten geht, dann erfahren Sie das natürlich hier bei uns. Also diese Meldung kam gerade. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen auf der Straße, denn es hat eine wilde Verfolgungsjagd im Norden gegeben. Das ist ja immer so eine Sache. Nutzt die Polizei dieses Mittel oder macht sie es eben lieber nicht? Es gibt deshalb ja immer wieder Unfälle, weshalb dann auch berechtigt gefragt wird, steht das überhaupt im Verhältnis. Diesmal ist das traurige Ende, dass es sogar einen Toten zu beklagen gibt. Ja, und er hat heute viel Grund nachzudenken und ein strenges Gesicht zu machen. Wer den Schaden hat, der muss auf die Lästereien dann natürlich auch gar nicht lange warten. Die Internetgemeinde, die schüttet sich gerade aus über Jogi Löw. Der hat, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, seinen Führerschein verloren und darf nun sechs Monate zu Fuß gehen. Ja, zum Glück braucht er bei der WM ja kein Auto. Er hat schon mal gesagt, ja, Entschuldigung, ich fahre eben ganz gerne mal rasant. Machen ja viele so. Ist aber eben auch nicht das erste Mal, dass er deshalb richtig Ärger hat. Teamkollege Oliver Bierhoff, der hat bereits schon reagiert. Er fordert für ihn jetzt Autos bitte mit Tempolimit. Vielleicht hilft es. Und schöner Kommentar dazu auch aus dem Netz. Gut wäre, wenn wir Jogis Punkte einfach mit zur WM nehmen könnten. Ja, das wäre dann ein guter Start. Ja, wichtige Fragen, die wir uns alle irgendwann mal stellen müssen, in ferner Zukunft oder nah. Ein Schlagersänger stand heute vor Gericht. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden. Wir sagen Ihnen, wer das war und warum. Besand wird prominent. Es geht um ihn, um Nino De Angelo. Das ist ja ein Mann mit viel Gefühl. Und das steckt er normalerweise in seine Musik. Und dann singt er wunderschöne Songs wie Jenseits von Eden. Aber vor gut einem Jahr, da muss er offenbar jenseits von Gut und Böse gewesen sein. Denn Nino De Angelo soll seine Ex-Freundin hart angepackt haben. In einem Zimmer, bei einem Streit in einem Hotel. Bitte nicht. Aber manchmal will man zu Gefühlen ja auch lieber schweigen. Verstehen wir. Ja, wetten, dass Sie diese hier ganz sicher kennen. Das niederländische Königspaar ist nämlich weiter auf ihrer Hallo. Wir stellen uns mal bei Ihnen Vortour durch Deutschland. Rudentag heißt es auf Niederländisch. Nach Niedersachsen ist das Königspaar heute in Nordrhein-Westfalen. Schiedwetter, aber diese beiden strahlen ja immer herrlich. Ja, und wichtig heute auch noch. Mein Held aus der Sesamstraße hat heute Geburtstag. Ich meine jetzt den ohne Fell. Moin Moin Uwe Friedrichsen. Er wird heute unfassbare. Er kann das selbst nicht glauben. 80. Wenn man ihn danach fragt, dann bekommt man auf so eine typisch kurze, norddeutsche Art die Antwort. So ein Alter, das kann man sich wirklich nur schön schminken. Er hat viel Schwein gehabt in seinem Leben. Das sagt er selbst. Was nicht nur daran liegt, dass er diese Tiere auch gern um sich hat. Beruflich ist ganz viel Schönes passiert, privat auch. Und jetzt muss er durch die 80. Aber dafür gab es heute immerhin viel Gutes von Ute. Die Schweine sind satt und Uwe Friedrichsen glücklich. Gut so. Schönes Ende für uns jetzt. Wir sagen Ihnen danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns sehr auf Sie morgen. Und jetzt freuen wir uns auf den Mann, für den das Internet längst kein Neuland mehr ist. Zumindest nicht seit letzter Woche. Viel Spaß jetzt mit Jörg Pilawa und dem Quiz und bis morgen. Tschüss.